So, sind wir wieder bei The Crew, wieder mit Paul Meister, und wir fahren jetzt einfach fort mit dem nächsten Event, und es heißt Dorfklatsch, Crew Corp natürlich, ja, mit dem Performance Fahrzeug, Dorfklatsch, Gewinner ist Rennen, Schwierigkeit normal, erforderliche Fahrzeugstufe 450. Oh, die hab ich gar nicht. Alex, die hiesigen Five Tens treffen jede Minute ein. Wir brauchen sie, damit der Plan funktioniert. Denk dran, du bist jetzt ein V4. Yo, guten Five Ten Häuptling hier zu haben. Willst du fahren? Immer. Auf geht's. Los. Zeig Ihnen, was ein V4 drauf hat, Alex. Okay. Boah, ja. Weißt du, was gerade passiert ist? Nee. Es hat der Server zu kurz geleckt, dadurch sind ja alle kurz stehen geblieben. Dann bin ich so voll nicht reingefahren, weil du so stehen geblieben bist. Ja. Ja. Shit, Alter, was ist das für'n Spaß? Boah. Boah. Alter, was? Hä, was war'n das? Oha, zu siebt fahren wir hier lang. Hä? Hä, was ist das? Ach, der Hubschrober transportiert da. Dingens. Ich weiß. Oh, Röhre. Ja. Ach, der... Ach, die Bauern des Hersts hier. Das Rohr. Ja, richtig lustig eigentlich. Ja. Boah. Ziemlich cool. Ich bin hier momentan Erster. Was war nochmal die erforderliche Fahrzeugstufe? 444, 450. Ah, hab' ich doch. Oh, shit, nein. Das Leitplanke. Fuck. Oh, komm, zähl. Ja, das hat gezählt. Alter, ist was drum denn da? Alex, wenn du gewinnscht, frage die Jungs nach Daria. Meine Schwester steckte tief in der Platz. Ja, wie langsam ich werd. Verstanden. Hier war genau die Stelle, wo ich im letzten Part, glaub' ich, auch gefahren bin. Oh, vielleicht sind die Vegas-Jungs doch etwas zu heiß für dich. Natürlich bin ich jetzt Vorletzter. Nein. Wow. Scheiße, okay, ist aber... Olle, konzentriert. Düse ich über die Piste. Alter, ja. Oh, ey, ich komm gar nicht. Genau. Okay, muss ich nur rücksetzen. Okay, ich bin schon mal letzter. Alter, natürlich. Wie... Was ist das? Wie... Alter... Der macht's... Der macht überhaupt nicht das, was ich will, der Wagen. Ich lenke. Hör auf zu lenken. Der Wagen lenkt weiter. Hm. Ist ja blöd. Ach ja. Aber genau, genau. Lenkt nicht in die Richtung, in die ich lenke. Ey, was ist das für ein Dreck? Hm. Fass da, Rennfahrer. Hä? Ach so. Fuck. Wieso denn, Alter? Ist doch klar, wenn die viel bessere Wagen haben. Die hiesigen Five-Tens treffen jede Minute. Hm. Alter, das ringt richtig auf, ey. Lutz. Am Anfang überholen mich die und dann überholen sie mich, obwohl sie eigentlich nicht schneller sind als ich. Boah. Die schon wieder glitschen. Verdammt. Du stellst mich auf... Äh, genau. Ey. Oh, vielleicht sind die Vegas-Jungs noch etwas zu heiß für dich. Dreck, hab ich keinen Bock mehr, Alter. Hm. Ich bin jetzt... Zweiter. Ja, ich bin der Erste. Du machst das toll, Alex. Ich weiß. Hm. Hm. Alex, wenn du gewinnst, frage die Jungs nach Daria. Meine Schwester steckte tief in der Five-Tens-Szene hier. Verstanden. Hä? Was ist das denn jetzt für ein Dreck? Als ob. Als wäre der Straßenauto so gegen mich. Ich weiß nicht, ich fahre es von hinten so ganz leicht an. Und wie ich ja schon mal erzählt habe, bei dem normalerweise haben wir so ein bisschen zur Seite geschoben und gut ist. Und der natürlich hupt und lenkt zur Seite und dreckt mich richtig von der Fahrbahn ab. Als hätte er nichts Besseres zu tun, ey. Ja. Also ich bin Erster. Immer noch, zum Glück. Oh Gott, die sind aber lahm an mir dran. Tja, weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen würde. Ich glaube, das gewinne ich jetzt. Ja, jetzt gewinne ich, glaube ich. Wie du einfach fünf Kilometer entfernt bist, ey. Zack. Gewonnen. Sehr gut. Oh, nee. Ey, der Scheiß ist direkt vorbei. Ja. Wir sind dafür die erste Stufe. 39. Alter. Vielleicht kann ich mir meinen... Was für einen Wagen holen? Ich weiß gerade gar nicht. Plus 19. Geil. Dwarf-Klatsch. Das Tattoo lügt nicht. Ich suche nach einer 510 aus der Gegend. Alter, ist das eine Brücke. Kennst du sie? Nein. Aber ich höre mich um. Was? Okay. Dann zum nächsten Rennen. Nicht wahr? Ich seh'n das. Ja, wo ist das denn, Alter? Ach, da. Neuwertig. So, jetzt sind wir hier. Wir machen jetzt das Event. Neuwertig. Die Mission beginnt gleich. Neuwertig. Schließe das Schmuggelrennen ab. Schwierigkeit normal. Erfordliche Fahrzeugstufe 501. Puh. Hab ich gerade so. Felix, Zeit für eine echte Rallye-Mission. Du musst die Ladung in kürzester Zeit zu einem Übergabepunkt bringen. Offroad und verdammt schnell. Was transportiere ich? So wie es gelagert war? Etwas, das nicht gefunden werden soll. Du musst ein hohes Tempo halten, um die Lieferung zu schaffen. Das muss klappen. Warum? Okay. Ne, von wegen Offroad hier. Ist ja wohl eine Straße. Scheiße. Ja, meiner Wagen trittst du dich erst mal raus, ne? Genauso wie es dein so. Alter, ey. Ist kurz nicht schwer anstrengend. So. War ja hier rüber. Yeah. Ja. Alter. Hier ist der Wagen. Das Baby schlägt sich ganz wacker. Das Terrain hier ist ziemlich rau. Rau ist Terrain und keine Cops. Halte das Tempo, Alex. Ja und Amen. Ja, Cockpit-Sicht. Einfach mal. Das ist ein Rennen nach meinem Geschmack, Alter. Boah. Boah. Alter. Alter. Ah. Oh Gott. Ne. Oh, was denn? Oh Gott. Check. Kann man voll weit sehen. Ich spiel gerade aus der Cockpit-Sicht. Oh Gott. Ne. 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 Das ist schlecht. Was zur Hölle. Was denn? Oh, da vorne bist du. Alter, wie weit du weg bist. Du bist kein Fahrer. Also, was hältst du von der Offroad-Schmuggelei? Mit den richtigen Daten ist das keine allzu harte Nuss. Weißt du, was eine Regressionsanalyse ist? Ich habe keinen Schimmer. Klar. Ich habe dran gedacht, weil ich clever bin, Alex. Sehr, sehr clever. Oh, oh. Oh, Alter. Ich sehe überhaupt nichts. Alter. Fuck. Alter, wie der Wagen einfach rumschleudert, ne? Ja. Alter, 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 Alter. Klar. Alter, was hieß das? Boah, wie weit du weg bist. Einen halben Kilometer. Wie hier? Oh, oh. Halben Kilometer. Was? Ich verstehe keinen Wort. Ein halber Kilometer. Alter, hallo. Setz doch einfach zurück. Wie lange muss ich es denn halten, Alter? Fast am Ziel, Alex. Oh, ja. Hallo, da bin ich. Siehst du mich? Was, Alter? Oh. Da bin ich Schrott. Verdammt. Verdammt. Ja, was ist das hier? Alter, what the fuck? Wie ein Wagen noch rumgeschleudert wird, ey. Ja, genau. Ich bin irgendwie quer jetzt ins Ziel gefahren, Alter. Alter, was? Ja, okay. Vorbei. Mission erfüllt. Zweiter. Stufe 40. Bronze. Einsprinzeanlage gewonnen. Plus drei. Boah, fast Stufe 40. Okay. Okay, jetzt kommt vielleicht schon eine gleiche Sequenz bei mir hier. Hm. Okay, ich werfe die Ladung jetzt ab. Du glaubst nicht, was der Kurier fährt. Das war eine gute Zeit. Wir haben gutes Geld damit gemacht. Der Plan funktioniert, Alex. Okay. Ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Der Renntuner. Mhm. Okay. Bis zum nächsten Part. Und tschüss. Tschüssi, bis dahin.